Heidi Klum hat auf ihrem Instagram-Profil für eine kleine Sensation gesorgt und auf einem neuen Post ihre Tochter Lou gezeigt. Die trägt zwar eine Maske, doch so viel war von der Elfjährigen wohl noch nie zu sehen. Die Kommentarfunktion war allerdings ausgestellt und so kam die 48-Jährige um das große Trara herum, das es zweifelsohne vor den Smartphone-Bildschirmen ihrer Anhänger gab. Weitere Einblicke in den gemeinsamen Urlaub gab es zudem in der Story, in der Lou noch weitere Male zu sehen war und sich dabei als Hairstylistin ihrer Mama und ihres Stiefpappers Tom Kaulitz zeigte. Es wird aber wohl noch einige Jahre dauern, bis man Lou dann wirklich zu sehen bekommt. Dass aus ihr auch mal ein Model werden könnte, ist allein an ihrer Größe zu sehen. Mit nur elf Jahren scheint sie schon so groß zu sein wie Mama Heidi, die es immerhin auf stolze 1,76 Meter bringt. Ihre große Schwester Leni wagte den Schritt in die Öffentlichkeit derweil schon vor einigen Monaten und das mit 16 Jahren. Seitdem ist sie wohl eines der gefragtesten Models überhaupt geworden und kann dabei auf die Hilfe von Mama Heidi zählen, die im Hintergrund die Fäden zieht und Türen öffnet.